Ich bin überzeugt, ich habe mich überrascht. 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 Ich bin überzeugt, ich bin überzeugt. 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 Ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, dass er einen Asport greift den feind an lasst kein schoens durch auf euren posten nur bescheid ich strecke sie nie greift den feind an alles frei halt siehst du ich befreie dich wie ich es versprochen habe wenn ich dir vielleicht erklären dürfte lasst sie gehen sie wird uns verraten nein wird sie nicht wie lautet der plan befreit unbemerkt die gefangenen was ist mit seines erstellt das egal wenn ihr bereit seid Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach zehn Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das Tor! Hütet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu denen. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot! War das deutlich? War das nicht. Ich bin hier! Halt mit den Eindringlings! Hälter bist du dafür verantwortlich! Gut, dass die Bayern steigen. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich bin schon verletzt. Wer bist du? Ich bin Haven Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beide kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Cyrus, und ich werde es einhalten. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich.